Bei Let's Dance verzaubert Anna Ermakova seit Wochen Jury, Kolleg, Innen und Publikum. Die Tochter von Boris Becker bekommt für ihre Auftritte mit Tanzpartner Valentin Lusin regelmäßig die Höchstpunktzahl. Das Paar gilt als Hauswoher-Favorit auf den Sieg. Am vergangenen Freitag erhielt das Paar für seine Puppen-Performance von der Jury 30 Punkte. Bereits zum vierten Mal, wenn du nicht 30 Punkte hier abräumst, bin ich sauer, sagte der sonst so strenge Juror Joachim Jambi. Anna und Valentin kommen also bei Jury und Publikum extrem gut an. Umso überraschender ist, was nun ein ehemaliger Let's Dance-Teilnehmer sagt. Denn er war zu Beginn nicht wirklich überzeugt von Anna, erklärt er jetzt in einem Interview. Let's Dance-Star Anna Ermakova begeistert Kollegen. René Kessely gewann im letzten Jahr Let's Dance. Gemeinsam mit Profitänzerin Katrin Menzinger konnte er sich im Finale gegen die Kolleg Innenjanin Ullmann und Matthias Mester durchsetzen und wurde Dancing-Star 2022. Natürlich verfolgt er auch die aktuelle Staffel aufmerksam. Und wurde nun von RTL nach seiner Meinung zu Anna Ermakova befragt. Und er sagt über das Model. Bevor ich sie auf dem Tanzparkett gesehen hatte, oder generell von ihr gehört, hatte ich ein falsches Bild von ihr. Wie genau das falsche Bild aussah, erklärt René zwar nicht. Dafür kommt er inzwischen aus dem Schwärmen für Anna fast gar nicht mehr heraus. Sie ist eine so sympathische und so bodenständige Frau und macht das tänzerisch überragend. Sie ist für mich das Highlight der diesjährigen Staffel, lobt er sie überschwänglich. René ist der Meinung, dass die Leute Anna vor allem für ihre Bescheidenheit mögen, weil sie nicht im Mittelpunkt stehen wolle. Ihre Zurückhaltung sei es aber auch, was die Bäcker-Tochter interessant mache. Man will einfach mehr von Anna sehen, ich will auch mehr von Anna sehen. Anna Ermakova meldet sich vor Training. Viele Ratschläge dazu, was Anna noch besser machen könnte, hat der Zirkusartist dementsprechend nicht. Sie macht das schon richtig. Ich habe ein gutes Gefühl, dass es für sie sehr, sehr weit geht, sagt er. Mit dieser Meinung ist er definitiv nicht alleine. Mit dem fulminanten Auftritt am Freitag hat das Team Curly Fries seinen Favoritenstatus. In jedem Fall noch einmal zementiert. Anna und Valentin sind auch schon wieder voll im Training. Auf Instagram postete das Model am Sonntag ein Bild von sich. Und schrieb dazu, Woche 9 Trainingstag erster immerhin steht am Freitag ihr nächster großer Auftritt an.